ja moin freunde willkommen zum neuen video mit hanktv 49 ich hoffe euch geht es gut gleich haben wir den neuen shop da mal sehen ob heute cool trooper kommt kurz vor dem shop noch mal hängt wie 049 im shop eingeben danke für den support die lieben so in drei sekunden haben wir den neuen shop und let's go hier haben ein neues paket auf jeden fall was haben wir hier schönes ein schöner scan hier zombie skin in zwei verschiedenen varianten der eine sieht ja echt hässlich aus aber sonst so sieht er gut aus so dazu gibt es noch mal ein back bling dann haben wir noch eins gehen hier nice aus weil ich erst gehen mit ein back bling sieht fett aus auf jeden fall dann haben wir einen männlichen noch mal dazu mit schönen rosen geschmückt und hier noch mal ein back bling in der wirbelsäule drauf nice das ganze gibt es für 2000 meist auf jeden fall auf jeden fall günstig so dann kommen wir mal hier die sense ist wieder drei lieben für 800 einer meiner lieblings pick x so dann haben wir mal hier weiblichen high back bling einmal mit und ohne schwanz dann haben wir den normalen männlichter mit dem rucksack als high format sieht nice aus so ein hängegleiter sieht gigantisch aus auf jeden fall das gibt es dazu für 500 und eine lackierung für 300 geben wir weiter was haben wir hier schönes eine pgx hört sich gut an hört sich gut an sieht nicht so gut aus aber ja sieht aus wie die sternen pgx ok dann haben wir diesen knuffel back bling für 1200 persönlich nichts für mich aber sie ist sehr süß aus so gehen wir weiter hier haben wir die clown reihe back bling den männlichen gibt es für in drei verschiedene stile haben wir hier noch eine pgx dazu für 1500 nicht so gut aus und ein bisschen auch zu teuer dann haben wir die weibliche version in drei verschiedenen varianten dazu gibt es einen back bling auch mit vielen luftballons ja sieht nice aus da kommen aber auf die rechte seite schlachtenhund ein nicer skin ein back bling sieht gut aus haben wir eine pgx für 500 nichts besonderes so dann haben wir ein 800 der emote haben wir noch ein 200 der emote einmal hier noch eine musik kann ich leider nicht abspielen und einmal beast schützen nicer skin für 800 so auf der rechte seite die skins hatten wir gestern schon die zombie fußball skins sind noch da leider kein ghoul trooper alles klar das war es vom shop ihr lieben falls ihr mich unterstützen wollt hängt ihr wie 049 im shop eingeben lasst ein abo da aktiviert die glocke um nichts zu verpassen lasst ein like da und kommentiert wie ihr den shop findet wir sehen uns morgen ihr lieben gute nacht